Okay, und ich schock jetzt der andere Partys jetzt aus. Ähm, äh, es gibt nichts weiter. Ich hab nur wie gesagt unheimlich gespielt. Hablaut. Warte vor. Ich hab auch gesagt, dass ich, ähm, viel ungeselbstartig bin. Weil sonst haben wir es auch schon mal wieder. Und die Muskelkaterin bis zum... Ich hab's doch nicht. Ich hab's doch nicht. Das Cool am Winning Day von Heaven and Heaven is, du musst eigentlich nur den Endpost ausschalten, um es zu gewinnen. Hm. Wollen wir mal den Teil? Hm. Na, auch egal. Gucken wir mal den Quest. Gucken wir mal? So. Ich hoffe, jetzt wir jetzt endlich durch das Portal. Hi. Yay, wir gehen durch das Portal. Yay, jetzt gehen wir doch durchs Portal. Nein, wir gehen doch durchs Portal. Also damit endet es erst mal. What? Ich geh doch an mir. Ja, hiermit beende ich jetzt mal das Let's Play. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ihr dabei seid. Und das war's für heute auch schon. Also bis morgen. Danke, dass ihr dabei seid.